Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Temporal Difference Learning und dem Sasa Algorithmus, der eigentlich State Action Reward, State Action heißt, ausgeschrieben. Aber Sasa ist viel kürzer und kann man auch viel damit anfangen. Gut, ich habe jetzt hier einfach mal alles gelöscht und wir befinden uns wieder auf diesem Standard Spielfeld. So, das wissen wir nicht, das wissen wir auch nicht. Was machen wir jetzt? Naja, wir machen einfach folgendes. Wir wissen, dass wir nach einer gewissen Zeit einen Reward bekommen. Also, irgendwann mal kriegen wir einen Reward. Nicht, wenn wir nach links gehen, also dieses Reward gleich Null oder Living Reward oder sowas, den kriegen wir nicht sofort. Sondern erst kriegen wir den Reward, wenn wir auf einem sogenannten Zielzustand sind. Das heißt, auf entweder dem oder diesem Zustand hier. Wenn wir auf einem von den beiden sind, dann kriegen wir einen Reward, aber ansonsten nicht. Gut, ich lasse die jetzt mal eingeblendet, auch wenn wir offiziell nicht wissen, wo wir sind oder was genau gerade passiert ist, also wie die Zustände liegen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt einfach mal zufällig, also am Anfang wird einfach jeder, jede, also am Anfang initialisieren wir uns eine Queue-Funktion. Das heißt, wir sagen, jeder State hat eine Policy. Also, jeder State sagt, zufällig gehe nach rechts oder links oder oben oder unten. Einfach zufällig alles initialisiert und hat einen Wert von Null. Okay, das heißt, wir haben sozusagen überall eine Policy. Die sagt mir, also das, was wir bisher immer gelernt haben, dieses Queue, was wir immer lernen wollten, dieser Queue-Wert, überall, das ist jetzt für jedes Feld einfach nur exemplarisch für 1, überall steht 0 mit einem Pfeil nach da. 25% Wahrscheinlichkeit nach da zu gehen, 25% Wahrscheinlichkeit nach da zu gehen, 25% nach da und 25% nach oben zu gehen, sprich in dem Zustand zu bleiben. Nein, das hat jeder Zustand jetzt hier drin am Anfang. So, und wir sagen jetzt, okay, wir fangen einfach mal in irgendeinem Zustand, zum Beispiel dem hier an, den ich euch jetzt schon markiert habe, und wir gehen jetzt nach unserer Policy, die wir gewählt haben, entlang. Das heißt, wir haben 25% in jede Richtung. Gut, sagen wir mal, wir gehen hier lang, danach sagen wir, wir gehen nach oben, ich mache es jetzt extra ein bisschen kürzer, danach sagen wir, wir gehen wieder nach links, wieder nach oben und wieder nach links. So, und das ist ein Finalzustand. Jetzt bekommen wir einen Reward, ansonsten hätten wir keinen bekommen. Deswegen Temporal Difference, weil wir den Reward erst später zu einer gewissen Zeit bekommen, die wir nicht mal vorher wissen. Okay, was machen wir jetzt? Naja, wir sagen, jetzt können wir anhand von diesem Reward unsere Route hier bewerten. Und deswegen sagen wir, okay, das hier ist nicht mehr Null, sondern Gamma, also unser Diskontierungsfaktor, mal das Maximum, was wir hatten. Okay, also wir gehen sozusagen wieder rückwärts. Das heißt, hier kommt 90 rein und unsere Policy passt sich an und nimmt nur noch das Maximum mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% zum Beispiel. Ihr könnt die natürlich auch anpassen, aber es muss nicht 90% in die Richtung sein. Sondern wir hatten es ja schon geklärt, die Wahrscheinlichkeit könnt ihr dann anpassen. Aber auf jeden Fall sagt unsere Policy generell, wir gehen in diese Richtung, weil wir das ja gerade auch gemacht hatten. Dann haben wir die Policy, die sagt, ups, falsche Richtung. Wir gehen nach oben, das haben wir auch gerade gemacht, das ist schon mal gut. Dann hatten wir hier die Policy, die sagte, wir gehen nach links, nach oben und am Anfang auch nach links. So, und hier können wir jetzt diese ganzen Dinger berechnen, zurückrechnen sozusagen. Gut, wir haben also hier 81, hier haben wir 72 und dieser Zustand hier bekommt eine Bewertung von 63. So, okay, jetzt haben wir einen neuen Zustand oder wir nehmen einfach diesen Zustand nochmal. Dieser Zustand nochmal, der bringt uns nicht viel, weil die Policy bleibt jetzt gleich. Jetzt nehmen wir uns mal diesen Zustand hier. Der ist immer noch auf 0,0,0 und was machen wir dann? Naja, wir sagen, okay, wir haben eine 25% Chance, also wir propagieren das jetzt nicht irgendwie weiter durch. Können wir auch machen, aber machen wir nicht. Wir propagieren das nicht weiter durch, sondern wir sagen, wir haben 25% nach links zu gehen, nach oben zu gehen, nach rechts zu gehen und nach unten zu gehen. Gut, jetzt werden wir einfach mal zufällig nach oben aus. Okay, das wäre das Erste und jetzt werden wir wieder zufällig 25% nach oben aus. So, das bedeutet, wir haben hier minus 100. Naja, das heißt, das Maximum ist hier, wenn wir, also wenn wir hier runtergegangen sind, nein, halt, da will ich reinschreiben. Hier hätten wir jetzt als Maximum 0, aber die Policy passt sich an. Jetzt haben wir hier nicht mehr für nach oben 25%, sondern wir haben 33% nach links zu gehen, 33% nach rechts zu gehen und wenn wir sogar noch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, haben wir sogar noch eine höhere Wahrscheinlichkeit nach unten zu gehen. Ihr wisst es noch aus dem letzten Video, habe ich euch erzählt, dass es vielleicht passiert, dass wir aus Versehen nach oben oder nach unten drücken, wenn wir nach links gehen und so weiter und so fort. Habe ich euch ja alles erzählt. Das heißt, wir können unsere Policy hier anpassen und sagen, wir gehen jetzt nicht mehr nach oben, sondern zum Beispiel nach links. Gut, und diese Policy passt sich dann auch an, beziehungsweise, ne, die passt sich nicht an. So, und jetzt machen wir das einfach wieder weiter. Jetzt sind wir hier nach links gegangen, jetzt gehen wir zufälligerweise hier wieder nach oben. Okay, jetzt warten wir hier links, jetzt sagen wir hier 25% Wahrscheinlichkeit, okay, wir gehen nach unten. Wenn wir nach unten gehen, wissen wir, aha, wir landen hier also hier rüber. Oh, hier habe ich was falsch gemacht. Diese 72% muss natürlich nach hier. Und dann ist das hier die 63% von hier drüben und hier muss natürlich die 54% rein. Tut mir furchtbar leid, aber ist im Prinzip nicht wirklich wichtig. Es sind einfach nur die Zahlen, die sind auch sowieso aus meinem Kopf. Gut, was haben wir hier also? Wir wissen, dass wir hier rüber gehen können. Dann haben wir hier 45% stehen, hier haben wir 36% stehen und hier bekommen wir dann eine 27% raus. So, das heißt, unsere Policy sagt jetzt ausnahmsweise automatisch, wir gehen hoch, links, runter und dann hier rüber, weil das einfach unser maximaler Wert aktuell ist. Jetzt haben wir das Ganze aber mit Wahrscheinlichkeiten letztes Mal geklärt. Das bedeutet, selbst wenn ich hier nach oben gehe, gehe ich irgendwann mal zufällig nach links. Und dann merke ich, wenn ich hier nach links gehe, aha, hier kriege ich direkt 54%. Und diese 54%, die kann ich direkt durchpropagieren. Das heißt, ich habe hier dann die 45% stehen und meine Policy sagt mir nicht mehr, ich soll nach links gehen, sondern sie sagt mir, ich soll, äh, sie sagt mir nicht mehr, ich soll nach oben gehen, sondern sie sagt mir direkt nach links. Wohingegen, wenn ich den Zustand hier oben jetzt als Startzustand benutze, dann kriege ich immer noch als Policy, die haben wir uns ja gerade vorhin ausgerechnet, sagt mir immer noch, ich soll nach links gehen und von hier nach unten, was ja auch im Prinzip gut ist. Aber hier gibt es dann auch wieder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir zufällig nach rechts gehen und deswegen passt sich das dann immer weiter drauf an und irgendwann haben wir hier dasselbe stehen, als hätten wir in jedem Zustand einen Reward bekommen, nur dass wir jetzt hier erst überhaupt erstmal den Reward am Ende bekommen haben. Das ist das Temporal Difference Learning, äh, funktioniert im Prinzip so und ist sehr hilfreich, wenn wir dieses, ähm, wenn wir diesen Reward, wie gesagt, erst nach einer gewissen Zeit bekommen. Sprich, wir wissen nicht gleich, wie gut wir waren, sondern wir können erst in einem gewissen Endzustand sagen, wie gut wir waren. Das Q-Learning funktioniert auch, wenn wir das nicht haben, also wenn wir in jedem Zustand zum Beispiel plus 5 oder minus 10 kriegen oder sowas, da können wir dann gleich angeben, okay, der Zustand, was habe ich jetzt gemacht, ähm, der Zustand ist relativ gut gewesen oder relativ schlecht gewesen oder wie oder was. Also sozusagen eine Alternative und dazu noch ein bisschen mächtiger. Super, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, das war es dann auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.